2016 wurden deutschlandweit über 600 frauen opfer von versuchte mord bei ihrem einsatz wegen eines verzweifelten hilfeersuchung bekommen es polizei oberkommissar tony gonzalez und polizeikommissarin melina hoffmann mit einem bösartigen beziehungsdrama zu tun ich glaube da ist ja jemand drin ich guck mal direkt hallo hallo ja 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 wir haben das fahrzeug angetroffen hat sich hier halb am beckenrand ruhe oder straße zunächst hat für die polizisten die rettung des opfers oberste priorität der zustand der verunfallten autofahrerin erschwert allerdings die bergung den beamten ist klar hier brauchen sie viel fingerspitzengefühl die frau dann geborgen hatten stellten wir fest dass sie hoch schwanger war das dramatisiert die sache natürlich da muss man noch vorsichtiger sein und sie brauche dann zusammen und umso wichtiger war es dann dass der rtw kommt ja zur info die person aus dem wagen ist sicher die haben wir hier auf der decke wir brauchen dringend ein rtw die frau ist schwanger aber ansprechend jetzt hierhin gekommen also wir hatten es hat sie ein peter verfolgt dass sie ganzheit dicht aufgefahren irgendwann haben sie zu rammen ok was wissen sie über den fahrrad irgendwas dazu gesagt ob sie sie meinte würde ein mann hinterm steuer sitzen und sie haben kein kennzeichen gesehen ja das war das also kein kennzeichen gesehen aber kein kennzeichen dran also nein das war kein kennzeichen am fahrzeug ok wir haben rettungswahl müsste jeder umblick da sein ich will ich sag nochmal irgendwo weil das müsste absichtlich gewesen sein dann da die werdende mutter opfer einer straftat geworden ist fordern die polizisten über funk ihre kollegen von der kripo an die schwangere muss unterdessen umgehend in der klinik behandelt werden die freundin der jungen frau informiert derweil deren lebensgefährten wer ist das jetzt beruhig ich bin der freund von der franzi wo ist denn meine freundin was ist denn hier passiert sie geht sie hier oben beruhigen sie sich erst mal beruhigen sie sich erst mal ihre freundin die ist gerade mit dem rtw ins uniklinikum gefahren können sie jetzt gleich auch hin bleiben sie erst mal ruhig was ist denn hier überhaupt passiert es ging darum mein gott wenn ich das will bleiben sie erst mal am besten nicht an das fahrzeug beruhigen sie sich erst mal am besten nicht an das fahrzeug weil wir haben das jetzt erstmal gesichert aber das muss jetzt gleich weggezogen werden so wie es aussieht wurde ihre freundin absichtlich von einem pick-up gerammt wer dahinter stecken wieso ruft sie dich denn an und nicht mich ja sie war total in panik und wir waren noch verabredet zum essen ja dann habe ich gesagt sie soll direkt die polizei anrufen aber da geht es nicht gut also die ist stabil in guter versorgung die ist im krankenwagen hätte viel schlimmer ausgehen können aber jetzt ist erst mal sie war ansprechbar wie geht es um mein baby da kommen sie jetzt im krankenhaus da können wir jetzt auch gleich hin fahren direkt am besten sie bleiben noch mal kurz hier damit sie sind warum hier weil sie sich das ist meine freundin das ist derjenige den sie gerade angerufen ja verstehe ich ab sofort leiten die kriminalhauptkommissare holger hansen und norbert meinert die ermittlungen sie befragen als erstes die freundin des opfers und erfahren so neue details zum täter hast du noch etwas zum hersteller oder typ oder farbe von dem auto sie meinte nur gelber pick up gelber kennzeichen und vorne so einen rahmschutz oder wie nennt man das vorhin die kriminalpolizei wird immer zu kapitaldelikten gerufen und im vorliegenden fall sieht es auch ganz danach aus hier wurde versucht ein fahrzeug praktisch in die in den fluss zu stoßen aber gelb sieht das nicht so aus war noch irgendwas anderes an dem auto da haben sie hatten rampschutz deswegen der bullfinger ja ja dann ist klar dass keine gelbe ich guck mal weiter nach spuren ich war noch nicht ganz fertig ich war noch auf spurensuche dann könnt ihr hier weiter aufnehmen ja alles klar eine bei der spurensicherung sichergestellte saugnapf haltung für eine kamera stellt die polizisten vor ein rätsel zunächst fokussieren die kripo kommissare deshalb ihre ermittlungen auf das privatleben der geschädigten von deren freundin erfahren sie mit wem das opfer in letzter zeit probleme hatte also die frauen franzi die arbeit beim beim gesundheitsamt und sie war bei einer prüfung und dann hat der typ war sauer auf sie und woher kennen sie denn sie hat davon erzählt und hat er so eine drohung ausgesprochen vorher schon mal das ist mir nicht bekannt das hat sie mir nicht gesagt dass er an den tag halt so wütend war außer sich war weil er die genehmigung nicht bekommen hat haben sie adresse oder ein restaurant wo das ist dass sie uns mal die arbeit machen sie sind jetzt aufgeregt ist klar aber das müssen wir schon machen haben sie eine ahnung wo der wohnt hier wieder fluss musel muselstraße muselstraße hausnummer wissen auch nicht das kriegen wir raus was macht er denn da was bleiben sie hier macht keinen schwachsinn die kripo kommissare befürchten dass die situation vor ort eskaliert um dies zu verhindern nehmen sie umgehen die verfolgung des wütenden lebensgefährten auf und tatsächlich müssen sie schon bald den mann vor sich selbst schützen komm hier geht er weg das ist das fußgänger zu fassen jetzt schauen wir mal was hier los was ist hier los wer ist das wer ist er haben sie mal einen ausweis da ja dann habe ich da wie heißen sie andreas bose andreas bose wo kommen sie denn jetzt gerade her bose ich komme vom arzt ich habe eine schwere gastritis seitdem dem seine freunde mich nervt oder ende diese blöde tussi vom gesundheitsamt wo ich meine träume nicht verwirklichkeit mein restaurant nicht aufmachen kann wegen der blöden kuh seitdem habe ich schmerzen und deshalb bin ich wegen der vom arzt gewesen wenn jemand ein restaurant aufmacht wie in dem fall hier der der herr der hier angehalten wurde dann ist natürlich schon sinnvoll wenn das gesundheitsamt kommt uns gewerbeamt und nummer checkt wie ist die situation wie ist die hygienische standard da eigentlich was will man den menschen zumuten die dann dort essen gehen von daher gesehen gehen die einfach nach recht und gesetz vor und wenn dann jemand sozusagen keine konzession bekommt aufgrund von mängeln dann kann man natürlich nicht dem amt schuld geben sondern muss man sich an seine eigene nase fassen und mal gucken was habe ich vielleicht falsch gemacht beruhigen sich das ist zu ihrer entlastung wenn das stimmt ist alles gut für sie ja alles klar pass mal auf wir haben nur einen verdacht der junge mann ist auf sie losgegangen das war nicht unsere intention das war seine entscheidung das war nicht in ordnung halten sie jetzt mit dem mund ich spreche ich das war seine entscheidung das kreisen wir nicht für gut wir müssen aber auch diesen hinweis nachgehen den der junge mann und auch die frau uns gegeben hat und das ist zunächst erst mal sie ja klar sie hätten ein motiv verstehen sie das sie hätten ein motiv ja doch dann schönen dank dafür denn ist ihr patient aus der nummer raus schönen dank wiederhören wie sieht das aus mit dem alibi ist das geprüft das ist jetzt geprüft der arzt hat bestätigt habe ihn ja gerade angerufen dass der patient tatsächlich die letzten zwei stunden wenigstens bei ihm war auch erst kurz vor jetzt da weggefahren ist insofern dürfte aus der nummer sicher raus sein die kriminalisten entlassen den mann da seine unschuld bewiesen ist sie vermuten aufgrund des tathergangs dass es der täter bewusst auf das opfer abgesehen hat es gilt zu ermitteln wer aus dem persönlichen umfeld der schwangeren frau so schaden will das war es jetzt nicht war das sieht eindeutig so aus haben sie noch eine idee wer eventuell aus ihrem freundesverbandenkreis entweder von ihrer freundin oder vielleicht auch von ihnen dafür in frage kommen könnte haben sie irgendwelche leute die ihnen was wohl von dir Svenja was mit der ex die hatte doch voll den hals auf dich weil du vater wirst. Svenja ist nach münchen gezogen zu ihrem bruder das kann nicht sein seit wann ist dahin gezogen schon länger her keine ahnung der bruder stuntman sie wollte zu ihrem bruder ziehen nach münchen die hat die war die war nicht einverstanden mit der trennung oder mit die hat ein bisschen eifersucht auf die neue oder was die war total sauer ja ist richtig sie war total sauer aber gedroht hat sie nicht mehr gedroht hat sie nicht sie ist nach münchen das weiß sie ist nach münchen zu ihrem bruder der stuntman und mehr weiß ich auch nicht okay also was haben wir jetzt nicht so viel also er hier scheint aus das wissen wir jetzt das ist klar jetzt haben wir jetzt haben wir den unfall mit einem typ der hat ein auto das gelb ist wahrscheinlich in ramburg hat und denken dann haben wir diese diese filmgeschichte oder oder navi gerät dieses halter ja die halten saugnapp die haltung dann haben wir eine ex freundin den bruder hat der stuntman ok jetzt haben wir jetzt ein bisschen weit den bogen gespannt stuntman irgend so ein spezialauto mit irgendwas dran der halter meinst du ja den bruder da vielleicht und irgendwas mit spezialhalterung wohnen in münchen ich meine ja aber wenn das dann mit auto war mit ausrüstung kann doch sein wenn die da haben wir auch mit die filmleute diese kameras raus ich weiß schon was du meinst aber es ist jetzt wirklich das ding das war doch so sauber und frisch das war noch nicht lange da das kann schon was damit zu tun aber dass ich ganz die leute aus münchen aber nicht ganz außen vor ich glaube nicht dass wenn ihr was zu tun wie heißt denn eigentlich die ex freundin meine ex freundin ist wenn ja weiter heimann heimann und wie heißt der bruder paul heimann aber wie gesagt ist nach münchen gezogen das hat doch damit überhaupt nichts zu tun ich dir immer durch über funk bittet norbert meinert seine kollegen auch heraus zu bekommen ob sich die verdächtigen vielleicht in duisburg aufhalten unterdessen erfährt der freund des opfers telefonisch dass es seiner freundin und dem baby gut geht und sie besuch empfangen kann das sind doch gute nachrichten können sie fahren ich kann ja sicher ich frage kann ich immer okay gut also ich kann alles klar fahren sie vorsichtig bitte wir fahren hinterher ja für uns ist jetzt ein anhaltspunkt natürlich zu sehen was kann die uns noch sagen wie kann sie uns weiterhelfen um hier weitere ermittlungsansätze zu bekommen dann lass uns mal ja nicht hinterbleiben das können ja auch mit kommt nichts passiert norbert meinert und holger hansen wollen das opfer umgehend in der klinik befragen um mehr über den täter zu erfahren derweil laufen die ermittlungen ihre kollegen auf hochtouren nur wenig später liegen bereits die ergebnisse vor damit ist klar der mann befindet sich in unmittelbarer nähe die frau schwebt noch immer in höchster gefahr da sind wir uns total die alarmanlagen angegangen und wir haben eile an den tag gelegt weil man sich damit rechnen mussten dass hier im krankenhaus vielleicht noch irgendetwas beendet werden sollte was vorher angefangen wurde mein mann mann jetzt mal den herr aussteigen lassen ist wenn ja hallo man bleiben sie hier beim schuss was ein gebrauch das ist ja immer das letzte ultimative mittel ist natürlich höchste vorsicht geboten und die ganzen verhältnismäßigkeiten müssen von uns als polizei beachtet werden ich habe ihn erst mal versucht mit einem warnschuss zu stoppen das hat aber nicht geklappt und insofern habe ich dann gezielt auf seinen reifen geschossen und ihn so zu fall gebracht und konnte ihn schließlich stoppen anders wäre es bei der notwehr wo es um mein nacktes leben geht da habe ich auch keine zeit mehr für einen warnschuss da kann ich dann direkt auf denjenigen schießen ganz langsam ganz langsam und ganz ruhig sein was war jeder plan hier war gar kein plan wenn dieser misstherr mich verlassen hätte mit der nächstbesten irgendeinem kind von ihm haben und weil er mit einer anderen frauen kind kriegt wollten sie die frau dann töten sondern das kind für mich ist das erledigt für mich ist das endgültig vorbei kann ich bitte zu meiner frau gehen kann ich bitte zu meiner frau klar gehen sicherlich wir müssen sie aber später noch mal sprechen so jetzt möchte ich hier nochmal klartext hören was haben sie hier für eine tatbeteiligung gehabt meine schwester verarscht er hat sie verletzt von unten was würden sie machen ich will jetzt keine schuldzuweisung hören ich will wissen was sie hier gemacht haben heute wollte mich einfach nur rächen für die absicht dass er meine schwester komplett fertig gemacht hat als straftat ist für mich eigentlich relativ klar dass hier versuchtes tötungsdelikt vorliegt und was sie hier im krankenhaus noch vorgehabt hat weil das heute morgen vielleicht nicht richtig funktioniert hat das steht noch in den sternen wir werden in den ermittlungen in den befragungen und vernehmungen hoffentlich da noch klar klarheit rein kriegen okay sie haben gelegenheit nachdem sie für ärztlich versorgt sind sich noch mal zu der gelegenheit zu äußern ansonsten sehe ich für sie erst mit erstmal schwarz so sie kommen mit zum kripo wagen wir müssen verstärkung haben egon für 32 16 der täter wird wegen gefährlicher körperverletzung sachbeschädigung gefährdung des straßenverkehrs und verkehrsunfallflucht angezeigt seine schwester wegen anstiftung zu dieser tat der geschädigten geht es wieder gut ihr baby ist wenig später gesund zu